Willkommen zu einem neuen Webflow Tutorial. Heute bauen wir zusammen eine Team-Section hier von mir geplant, so ein bisschen eher im oberen Bereich, also als Intro, ganz genauso auch in der Mitte platzieren. Und zwar mit einem kleinen Effekt, ja, einmal der Text wird so hinter einem Diff eben hervorgeslidet, auch Zeile für Zeile und die ganzen Bilder werden eben so reingepoppt oder wachsen eben von klein nach groß. Und das Coole ist, wenn du eben raus scrollst, ja, werden die ganzen Elemente hier auch wieder schön an ihren Platz reinskaliert. Und du denkst dir jetzt so, ist ja wieder eine Menge Arbeit. Falsch gedacht. Wir machen das Ganze mit den nativen Webflow-Interaktionen, die schon vorgefertigt sind. Wir werden hier keine Custom-Animation anlegen, glaubt man gar nicht, gerade auch für den Effekt hinter diesem Text, der Text, der so hochslidet, kann man eigentlich wunderbar genau das schon anlegen. Und dadurch ballert man sich gar nicht diese Interaktionsleiste voll, sondern hat das schön aufgeräumt. Und das gucken wir uns heute mal an, wie wir das machen können. Damit kannst du auch übrigens so ganz lustige Sachen wie das hier zum Beispiel umsetzen. Was, wenn du das mit einer Custom-Animation machen würdest, würde ewig dauern, bis du das so fein getunt hast, dass das irgendwie so lustig hier hoch und runter bouncet. Bevor es losgeht, noch kurz die Info. Du findest das Clonable zu diesem Projekt in der Videobeschreibung verlinkt. Kannst du dir also kostenlos einfach duplizieren in dein Webflow-Dashboard rein und dann damit arbeiten für deine Seite oder einfach dir nochmal genauer anschauen, wie ich bestimmte Sachen umgesetzt habe. Ich würde mich freuen, wenn du mir dafür einen Daumen hoch für das Video da lässt und los geht's jetzt mit dem Tutorial. Also, ich habe hier schon mal ein bisschen Text integriert und im Grunde genommen außenrum Team-Intro-Wrapper platziert. Und dem geben wir jetzt mal eine Höhe von 100 SVH. SVH aus dem Grund, dass es einfach auf Mobile-Devices quasi die komplette Screen-Höhe ist. Minus, also immer abgezogen eben von dieser flexiblen Tabbar. Dann haben wir es auf jeden Fall komplett im Viewport ausgefüllt. Und es kann gut sein, dass wir das da auch einfach noch ein bisschen erhöhen, damit wir das auf Mobile ein bisschen, ja, sag ich mal, wegscrollen alles so ein bisschen schön, ja. Und wir wollen jetzt im Grunde genommen außenrum einfach so die Team-Member platzieren. Und dafür habe ich jetzt, also den Content können wir im Grunde einfach so lassen, ja. Für den Team-Images habe ich auch einen Div jetzt mal integriert. Den würde ich jetzt auch mal auf Position-Absolute stellen und im Hintergrund komplett jetzt unseren ganzen Intro-Wrapper füllen, ja. Er orientiert sich jetzt eben am nächsten Element, das ist momentan der Body. Das heißt, wir müssen dem Intro-Wrapper hier Position relativ mitgeben, ja. Dann orientiert sich Position-Absolute jetzt an genau diesem Element. Siehst du auch, der markiert es dann hier solider. So, und hier innen drin können wir jetzt, oder im Grunde genommen können wir da schon mal Flexbox horizontal anwenden und dann vielleicht Justify rechts und links. Weil wir wollen jetzt zwei Spalten integrieren, die quasi nach außen gedrückt werden, ja, mit Flexbox. Das heißt, wir machen hier einmal ein Div und sagen Team-Images, vielleicht Column könnten wir da einfach nehmen. Und das können wir mal zwei machen. Und jetzt siehst du, platziert er das auch schon da. Und da sagen wir mal, maximal sollen die 50 Prozent breit sein, ja. Eine von den Spalten und auch 100, dann müsste man es jetzt hier schon sehen. Und wir können das aber auch so ein bisschen reduzieren, weil wir wollen es ja eigentlich nicht ganz da rein haben. Wir wollen es ja so ungefähr, wie der Text hier auch so ist. Das heißt, ja, so bei 30 sollte es ungefähr sein, dann nicht mehr. Sonst geht es vielleicht in den Text rein. Das ist vielleicht besser, wenn wir es so machen. Dann können wir im Grunde genommen einfach bei einer Seite anfangen. Und ich würde jetzt mal sagen, dass wir so drei Varianten, das sieht man jetzt hier nicht so genau, weil ich es einfach schon schnell hingelayoutet habe. Eine große, eine kleine und so machen. Da können wir auch sehr, sehr gut mit EM arbeiten. Da siehst du gleich mal die Vorteile und warum ich das so gerne auch mache. Und da machen wir jetzt mal ein Team-Member vielleicht einfach Rapper. Und hier innen drin nochmal ein Bild. Da wähle ich jetzt auch gleich mal die hübsche Dame hier aus. Und dem geben wir den Team-Member-Image mit als Name. So, dann sollen wir auf jeden Fall Team-Member-Rapper kriegt auch mal Position relativ. Hier können wir eine feste Breite jetzt mal definieren. Wir machen jetzt einfach mal, sagen wir mal 8 EM. Haut das ungefähr hin? Nee, wir können hier auf jeden Fall mal auf 10 EM gehen. Wir gehen jetzt von dem großen Thumbnägel quasi aus, von dem großen Team-Member, naja, den wir so stylen jetzt. Dann machen wir das Team-Member-Image auf 100% Breite und 100 Höhe. Jetzt wird er das nicht ganz ausfüllen, weil wir es nicht auf Cover gestellt haben. Das machen wir jetzt und auch Position Absolut. Und dann füllen wir das komplett aus. Und jetzt könnten wir auch dem Bild hier nochmal, damit das Kreis schön rund wird, einfach das Ganze hier einmal ausfüllen. So, und jetzt können wir, dadurch, dass wir mit EM arbeiten, könnten wir hier jetzt ein EM reinschreiben und können nachher die Member quasi so groß machen, wie wir wollen. Und er skaliert alles da drin auch in den Größen eben mit. Und das wird auch nachher bei den Schattierungen, wenn du da auch mit EM arbeitest und so weiter, wird das alles schön kleiner mit skaliert. Und das nutze ich dann an der Stelle eben ziemlich gerne. Kann man mit Combo-Classes dann das Ganze eben kleiner machen. Und dem ganzen, also dem Team-Member, geben wir jetzt einfach auch hier einen Kreis runden mal mit, damit wir hier auch ein Box-Shadow, wo sind denn die nochmal hier, mit integrieren können. Dann nehmen wir auch jetzt hier so einen schönen, vielleicht 55, hier können wir leider nicht EM nehmen, aber beim Blur, 4 EM, damit wir das schön, schön rausblurren. Und hier ist immer gut, bei weißem Hintergrund wirkt das immer nicht so gut. Aber wenn du jetzt eine Schattierung einsetzt, gerade jetzt ist ja auch eher ein helleres Bild, dann wirkt es immer gut, wenn du im Hintergrund mindestens nicht ganz weiß bist. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen farbig gegangen und dann wirkt es immer noch ein bisschen besser mit dem Schatten. So, das war es im Grunde genommen schon. Jetzt haben wir so eine Person hier mit integriert und wir könnten sogar noch ein bisschen stärker vielleicht vom Schatten her gehen oder beziehungsweise einfach diesen Blur noch ein bisschen stärker machen, machen wir auch 5. Und duplizieren uns das einfach mal und gucken mal, dass wir dieses Team-Image-Column vielleicht auch mit Flexbox horizontal, aber vertikal einsetzen, machen wir nochmal weg, machen wir div Team-Member, machen wir dann ein Item. Weil dann können wir hier immer rechts und links quasi definieren und hier können wir die Größe definieren. Okay, so, das hier ist jetzt also, ist small und small wäre jetzt einfach mal von 1 EM, sagen wir mal, die Hälfte, ja, 5. Das ist vielleicht ein bisschen zu klein. Nehmen wir mal 7 und Team-Member-Item ist dann, fangen wir jetzt links an oben. Das ist okay, das ist negativ, können wir nachher noch machen und machen im Prinzip das hier jetzt, duplizieren wir einmal. Und jetzt können wir hier dem Team-Member nämlich geben, ist right und dann würde man hier allein rechts machen. So, passt erst mal. Jetzt nehmen wir den hier mal nochmal und machen das mal hier justify, nicht mal, machen wir mal vielleicht mit einem Gap irgendwie dazwischen arbeiten, wie wäre das? Der hier ist dann so ein bisschen medium, sagen wir mal. Also hier, der hier ist dann, ist small, ist medium und dem geben wir dann vielleicht eine 0,8 EM. Dann haben wir das gleiche hier nochmal und das ist jetzt die große Lady. Dann nehmen wir das also einfach nochmal raus und machen das dann aber nochmal ein bisschen größer, damit es jetzt auch auffällt. So, passt auch so ungefähr. Jetzt haben wir nochmal vielleicht danach klein und auch wieder auf der rechten Seite und die hier, na, dann wieder links. Mehr haben wir doch gar nicht, oder? Achso, wir haben zweimal. Ja, okay. Dann machen wir es so. Dann wieder rechts. Ja. Und dann wieder links. So, hier ist medium. Hier ist small, oder? Ja. Passt. Oder wollen wir das andersrum machen? Machen wir hier medium. Machen wir ganz unten. Wieder ein small hin. Das hier soll jetzt in die Mitte gehen. Team Member Item ist Center vielleicht. Dann könnten wir das vielleicht in die Mitte machen. Joa, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Und dann könnte man auch sagen, jetzt das Ganze außenrum. Ich habe dem ja dem Intro Wrapper so eine Maximalbreite von 100 EM gegeben. Das heißt, hier werden die jetzt alle mit kleiner werden. Das, ja, klebt natürlich jetzt so ein bisschen dran. Das heißt, wir könnten sowieso diesen Image Column nochmal bei beiden Seiten vielleicht, na, machen wir es jetzt auch mal mit EM. 4 EM hier mitgeben. Da kannst du auch bei allem, was ich jetzt hier sage, mit REM arbeiten, wenn du möchtest. Dann haben sie auf jeden Fall so ein bisschen einen Abstand. Und dann können wir trotzdem auch die nochmal ein bisschen breiter werden lassen. So. Ich habe mir ja drunter noch so ein bisschen eine andere Section mit platziert. Weil was man jetzt merkt, wenn wir zum Beispiel vertikal, ist immer was, was man natürlich jetzt testen muss. Ja, der Browserfenster ist kleiner. Das wird ja nachher bei Response auch wichtig. Dann werden die Bilder jetzt hier in die nächste Section mit reingehen, weil er quasi auf Teufel komm raus diese Elemente dort platzieren möchte. Ja, auch mit Flexbox vertikal, zack, 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 alle untereinander. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, während ich das jetzt hier so mache, könnte ich mir vorstellen, wir haben ja, wir sagen, okay, du bist, die Team Section hier ist Minimum 100, ja, von der kompletten Browserhöhe. Aber wir könnten auch sagen, dass die Elemente hier außenrum, ja, dass die Team Images quasi nicht absolut sind, sondern die geben letztendlich 100 Prozent Breite. Die geben vor, wie hoch die ganze Section sein soll. Und dieser Team Text, der ist jetzt mal absolut. So, jetzt hätten wir dieses Problem nicht mehr. Also, er würde jetzt diesen Text hier, den lässt er natürlich jetzt immer zentriert in der Mitte. Das könnte auch sein, dass das vielleicht ein bisschen blöd ist dann nachher. Das heißt, wir könnten hier auch vielleicht mit, wie wäre es, wenn man hier mit Sticky arbeitet, geht eigentlich Position, doch klar geht das auch. Nicht fix, sondern absolut. Gut, dann machen wir Team Text Wrapper und dann machen wir nochmal hier einen Diff rein. Team Text Inner. Oh, nee, machen wir es nicht Inner, nennen es gleich so, wie es ist. Sticky. Das wäre doch eigentlich eine coole Sache, wenn wir hier, sage ich mal, das Element nachher Sticky machen. Das heißt, der Team Text Wrapper ist die komplette Höhe, Position Absolut, und immer so hoch wie auch die Elemente. Also, wenn du nachher mehr noch Elemente hinknallst, wird das immer so lange mitscrollen, wie eben auch diese Section dann hoch ist. Jetzt gehen wir hier auf 0 und er hat jetzt hier, ah, okay, der macht das jetzt, das respektiert er nicht. Dann gehen wir hier auf 5 EM, ja, und er wird das also mitscrollen. Und wie wäre das, wenn wir den, wenn wir den auch noch Flexbox mittig geben, dann scrollt er erst ab damit. Also, kommen wir zu den Animationen und da machen wir heute mal ein bisschen eine Herausforderung. Du kennst ja eigentlich das von mir, dass ich immer Custom Made irgendwie Animationen anlege und so weiter. Heute arbeiten wir mal nur mit dem nativen Webflow CSS Animationen, die schon eben vorab angelegt sind. Und ich glaube, da können wir auch ein bisschen was Peppiges erreichen. Und ich nehme jetzt einfach mal eine Hilfsklasse, die nehmen wir mal Grow Animation, nennen wir die mal. Und hier packen wir nachher, ich mache das hier unten auch nochmal hin, damit können wir uns das gleich überall reinkopieren. Hier fügen wir jetzt im Prinzip das Team Member Thumbnail rein, ja. Und so verschachteln wir die Elemente immer wieder. Wenn wir also jetzt noch eine andere Animation machen wollen, würden wir die auch nochmal in ein eigenes Diff packen. Einfach, dass die Animationstypen sich nicht in die Quere kommen. Und dann kommt so ein Hakeln rein und das ist einfach so ein kleiner Trick, dass du das einfach weiter verschachtelst. Jetzt machen wir Element Trigger, Scroll into View in dem Fall. Normalerweise Start an Animation kann man ja eine eigene anlegen. Wir nehmen jetzt mal hier eine von denen. Und du siehst, dass es da eigentlich ziemlich lustige Sachen auch gibt, die man hier auswählen kann, ja. Irgendwie Flip, ich meine, warum man es auch immer verwenden möchte. Aber hier gibt es eins, das ist eigentlich gar nicht schlecht, Grow Big. So, und das ist ja für den Anfang genau so, könnte man sich gut vorstellen. Das gibt es auch nochmal kleiner. Und wir machen es jetzt auch mal ohne Delay. Also wir können gleich noch eine Hilfsklasse mitten im kleinen Delay machen, dann sind die nicht alle gleichzeitig da. Sind sie aber sowieso nicht, weil eben unterschiedliche Screenhöhen ja da sind. Und je nachdem, ob das gerade in Viewport scrollt, poppen die ja, werden die erst größer. When scrolled out of view, können wir einfach vielleicht ein Shrink machen. Shrink out ist dann sowas. Ja, es fängt ein bisschen spät an. Das ist halt schade an den Dingern. Man kann jetzt nicht irgendwie bestimmen, wie schnell das ist und so weiter. Aber es ist trotzdem schon alles vorab angelegt. Und jetzt können wir die hier auch hier unten mal mit reinmachen. Dann sehen wir auch, ob die auch nochmal rein und raus animiert, sobald man eben dahin scrollt. Ah, jetzt siehst du schon mal, einen Fehler haben wir gemacht. Wir müssen das Ganze natürlich hier mit Grow Animation, müssen wir hier auf die Klasse anwenden. Ja, und er wählt das jetzt überall dort, wo die hinterlegt ist. Geht erst raus bei Shrink, das sieht man leider nicht, warum auch immer. Wahrscheinlich dauert das einfach zu lange, man scrollt so schnell. Aber es kommt dann wieder rein, wenn man in den Bereich kommt. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus und da ist mir so ein bisschen eingefallen, okay, vielleicht ist das doch nicht unsere Intro-Section, sondern irgendwie eine Section mittendrin in der Seite. Dann hätten wir auf jeden Fall den Effekt nochmal cooler, dass die immer so rein und raus kommen. Vielleicht könnten wir hier für den Anfang dann einfach ein bisschen einen Delay reinmachen. Ja, dass wir zum Beispiel ein paar Grow Animations jetzt duplizieren. Er wird leider die Animation nicht mit duplizieren. Machen wir mal Delay 1 draus. Ja, er hat das leider nicht. Das heißt, du müsstest hier jetzt wieder Scroll Interview machen. Und Grow Big war das ja, glaube ich. Grow In. Und dann machen wir jetzt ein Delay von 100. Man kann auch in 50 Millisekunden Schritten machen. Das kommt aber dann ein bisschen später. Mache ich jetzt auch wieder auf die Klasse. Und vielleicht reicht es uns dann schon. Und dann machen wir Shrink. Ich glaube, Shrink Out war das. Ja. Und die kann ich jetzt auch nochmal verwenden bei so ein Paar, dass es einfach so ein bisschen mehr Varianz da drin ist. Cool. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen mehr mit diesen Basic-Animationen hier rumspielen. Team Member Rapper. Wenn wir den hovern, machen wir mal Mouse Hover. Was gibt es da cooles? Pop. Was ist Pop? Pop. Pop ist auch nicht schlecht. Jiggle. Na, dann tanzen die da so. Vielleicht Bounce. Ja, das ist doch cool. Machen wir mal. Team Member. Komm, das machen wir jetzt auch auf Klasse. Und alle müssen jetzt bouncen. Dim, 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 dim. Ist doch lustig. Ich finde, die Texte hier könnten wir noch animieren lassen. Den Text, Zeile für Zeile. Also machen wir erstmal immer ein Div, dann Text, Hide. Und dann machen wir im Prinzip ein Textblock. Ist dann jeweils immer hier eine Zeile. Ja, so machen wir es. Machen wir jetzt hier Scroll into View, ein Textelement und machen jetzt hier auch Slide. Das müssen wir jetzt leider bei jedem Einzelnen vergeben. Hier machen wir es mit einem 50 Millisekunden Versatz. Der hier kriegt genau das Gleiche. Scroll into View. Ja. Slide. Von unten. Mit 100 Milliliter Versatz. Jetzt gucken wir mal, ob das schon zu langsam ist. Ne. Ist irgendwie, klar, ein bisschen Aufwand und ist auch gefährlich. So was zu machen, so eine Animation pro Zeile. Wenn es jetzt responsive wird, könnte das natürlich einen totalen Strich durch die Rechnung machen. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Klar, die Bilder sind jetzt da drüber. Es geht immer noch. Es sind halt komische Zeilenumbrüche. Aber wenn man da drauf achtet, kann man sowas natürlich nutzen. Und das Clonable findest du auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn du mir dafür auch ein Herzchen bei den Showcases da lässt. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut.